Alle Gewebe im Querschnitt der primären Sprossachse wurden vom Apikalmerystem erzeugt. Die gezeigte Struktur hier hat vielleicht einen Durchmesser von 1 oder 2 mm. Sie ist also sehr dünn. Im Laufe der Monate und Jahre kann aus diesem dünnen Trieb ein dicker Ast oder ein dicker Stamm heranwachsen. Wir wollen verstehen, wie im Laufe der Jahre aus einem dünnen primären Trieb ein sehr dicker Ast oder ein sehr dicker Stamm werden kann. Dazu benötigen wir hier diese Abbildung. Das sekundäre Dickenwachstum, das im Laufe der Jahre den dicken Ast oder den dicken Stamm erzeugt. Dieses sekundäre Dickenwachstum wird von zwei Cambien erzeugt. Ein Cambium ist ein Gewebe, das sich in einer Pflanze drin teilen kann. Das Leitgewebe-Cambium liegt etwas weiter innen in der Sprossachse. Und das Leitgewebe-Cambium besteht aus Zellen, die sich teilen können. Das ist die einzige Funktion von diesem Leitgewebe-Cambium. Neues Gewebe zu erzeugen, neues Gewebe gegen außen und neues Gewebe gegen innen. Gegen außen erzeugt das Leitgewebe-Cambium sekundäres Phloem. Phloem transportiert die Assimilate, den Zucker. Sekundäres Phloem heisst es, weil es zu einem späteren Zeitpunkt gebildet wird, durch sekundäres Dickenwachstum. Das sekundäre Phloem wird gelegentlich auch als Bast bezeichnet. Diesem Begriff begegnet man nicht ganz so oft. Wir wollen ihn hier trotzdem erwähnen. Die gezeigten Pfeile sind unterschiedlich gross. Und das passt sehr gut, denn das Leitgewebe-Cambium erzeugt auch gegen innen neues Gewebe. Gegen innen erzeugt es sogar deutlich mehr neues Gewebe. Und dieses gegen innen erzeugte Gewebe, das ist das sekundäre Xylem oder Holz. Auch hier sekundäres Xylem, weil es zu einem späteren Zeitpunkt im Leben der Pflanze gebildet wurde. Zur Erinnerung, das Xylem transportiert Wasser und darin gelöste Nährstoffe, die von den Wurzeln aufgenommen wurden. Die Abbildung hier ist von den Proportionen her nicht ganz korrekt. Insofern nicht ganz korrekt, weil das Leitgewebe-Cambium sehr viel mehr sekundäres Xylem produziert, also sehr viel mehr Holz erzeugt, als es gegen aussen sekundäres Phloem oder Bast produziert. Wenn man im Wald einen gefällten Baum anschaut und den Querschnitt des Stammes betrachtet, dann sind 99 Prozent, die man da sehen kann, sekundäres Xylem. Und nur eine ganz dünne Schicht am Rand, gleich unter der Rinde, ist sekundäres Phloem. Man muss schon sehr genau hinsehen, um dieses sekundäre Phloem oder den Bast sehen zu können. Wir halten hier noch fest, gegen aussen wird wenig sekundäres Phloem erzeugt und gegen innen dafür sehr viel mehr sekundäres Xylem oder Holz. Nun gibt es hier noch primäres Phloem und primäres Xylem. Das primäre Phloem, das hat keine Funktion mehr. Das wird durch das neu gebildete sekundäre Phloem zerdrückt. Das Gewebe wird zerrieben. Ist hier nicht mehr von Bedeutung. Das primäres Xylem, das wir hier unten sehen können, Das wird nicht zerdrückt. Das bleibt bestehen. Allerdings, von der Menge her, im Vergleich zum sekundären Xylem, bildet das primäre Xylem einen so kleinen Anteil, dass es für den Wassertransport nicht mehr relevant ist. Also in einem Stamm von einem ausgewachsenen Baum wird der gesamte Wassertransport vom sekundären Xylem übernommen. Die Bildung von neuem Gewebe im Innern der Sprossachse führt zu Problemen an der Oberfläche der Sprossachse. Wenn das Volumen im Innern zunimmt, dann hat das Abschlussgewebe an der Oberfläche insofern ein Problem, dass es diese Volumenzunahme mitmachen muss. Und die bestehende Epidermis, die ist dazu nicht in der Lage. Wir sehen hier, wie ein Ballon, der zu stark aufgeblasen wurde, der platzt. Und dasselbe Schicksal hat hier die Epidermis ereilt. Die Volumenzunahme konnte sie nicht mitmachen im Innern und ist deshalb aufgerissen, wurde zerstört. Die hat jetzt keine Funktion mehr. Trotzdem benötigt die Pflanze ein Abschlussgewebe, einerseits als Verdunstungsschutz und andererseits als Schutz vor allfälligen Krankheitserregeln, die auf diese Weise dann nicht eindringen können. Die Epidermis wird ersetzt durch Felin oder Kork. Dieser Kork wird erzeugt vom Korkkambium. Der Kork wird vom Korkkambium gegen Aussen erzeugt. Das ist das sekundäre Abschlussgewebe. Wir sehen rechts oben hier die Epidermis war das primäre Abschlussgewebe. Kork ist jetzt das sekundäre Abschlussgewebe, das Felin. Das Korkkambium erzeugt gegen Aussen den Kork und gegen Innen produziertes sekundäres Rindenparenchym. Also genau wie das Leitgewebekambium ist auch das Korkkambium in beide Richtungen aktiv. Es erzeugt gegen Aussen Kork, Felin und gegen Innen sekundäres Rindenparenchym, das Feloderm. Hier auf der Seite sehen wir diese drei Gewebe zusammen. Kork, Felin, Korkkambium, Felogen und das sekundäre Rindenparenchym, das Feloderm, bilden zusammen das sekundäre Abschlussgewebe oder Fachausdruck, das Periderm. Korkkambium, Filon, Korkkambium, Korkkambium. 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 Untertitelung des ZDF, 2020